Was möchtest du denn heute in deiner Gesichtsmaske haben? Nutella? Klar, viele gute Fette und der Zucker sorgt für den richtigen Glow. Tee ist ne super Sache. Das ist total vitalisierend. Und merkst du, wie das Nutella-Fett die Kräuterenergie direkt in deine Poren zieht? Und jetzt versiegeln wir das Ganze noch mit Haarspray et voilà. Zufrieden? Hm?